Ja, nice. Wollen wir mit den News anfangen? Komm, wir fangen mit den News an. Ich muss es einfach sagen, ja. Ich muss an dieser Stelle wirklich mein allergrößtes Dankeschön aussprechen an meine Zuschauer. Und insbesondere an den Benjamin und an noch eine Person, die ich gerade, straight heißt er auf Parfumo, die ich gerade nicht auf dem Schirm habe, wie er heißt, ja. Aber ich habe Ende letzter Woche zufällig gesehen, dass mein Doof Oud Rush, der jetzt ja bald rauskommt, auf Parfumo gelistet ist. Und das hat mich im ersten Moment ein bisschen gewundert, um es mal so ganz, ganz vorsichtig zu formulieren. Weil ich nämlich eigentlich vorhatte, den Doof erst später auf Parfumo zu listen, sobald der öffentliche Vorverkauf losgeht. Denn ich habe mich vorher so ein bisschen mit dem Oudisten ausgetauscht. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Und der hat gemeint, der hat ja auch seine Marke hier auf Parfumo veröffentlicht. Genau, der Oudist hat ja seine Marke Grauton Parfums. Und die hat er auch scheinbar auf Parfumo eingereicht und meinte zu mir, dass das wohl ein bisschen lange gedauert hat bei ihm, weil er halt keine Sales-Page hatte und keine Bilder und sowas. Und deshalb wollte ich eigentlich warten. Also ich wollte das Ding eigentlich noch nicht auf Parfumo setzen. Wir werden es auch gleich sehen, weil ich nämlich noch kein Bild davon habe. Und ich wusste nicht, ob das jetzt ausreicht, aber tatsächlich hat es ausgereicht. Und Benjamin und der besagte Straight von Parfumo haben sich scheinbar dann Eigeninitiativ darum gekümmert, dass das Ding gelistet wird. Wo ich sagen muss, wirklich an dieser Stelle schon mal sehr, sehr vielen Dank. Es hat mich enorm gefreut. Ich habe erst gesagt, okay, vielleicht ist das nicht so cool, wenn die Leute das halt da schon gelistet haben. Aber scheinbar kommt das sehr, sehr gut. Also war das eine sehr, sehr gute Idee. Es gibt auch schon einige, die es hier als Besitzen eingetragen haben. Was das bedeutet, werde ich gleich noch kurz erzählen. Ja, deshalb, ich wollte einfach an der Stelle erst mal Danke sagen allgemein an euch, weil ich jetzt auch in dieser Woche gemerkt habe, wie unfassbar krass halt meine Community einfach so drauf ist. Also ich habe wirklich, und das Video werde ich, glaube ich, auch so nennen, ich habe wirklich die geilste Community auf der Welt, muss ich sagen. Ja, also wirklich Real Talk, dass das einfach so passiert und der Hype um diesen Duft so groß ist schon, das ist für mich wirklich eine große, große Ehre. Denn ihr könnt euch vorstellen, wie schwierig das ist, wenn man jetzt zum ersten Mal einen eigenen Duft rausbringt, und ja, wie schwierig das ist, überhaupt auch erst mal damit anzufangen und so. Und dass es eben so beliebt ist bei den Leuten schon, obwohl es halt noch nicht mal draußen ist. Das ist wirklich sehr, sehr cool und das weiß ich extrem zu schätzen. So, jetzt sehe ich ja schon die ganzen Nachrichten. Noch nie so gerne den Geldbetrag ausgegeben. Ja, es ist so gewesen, dass jetzt diesen Montag ein kleiner Vorverkauf war. Und zwar Vorverkauf in diesem Sinne, dass ich euch ja schon vor ein paar Wochen angefangen habe, dazu aufzufordern, euch in eine E-Mail-Liste von mir einzutragen. Und habe halt gesagt, Leute, wenn ihr den Duft als erstes sehen wollt und als erstes haben wollt, tragt euch in die E-Mail-Liste ein. Und das habe ich, ehrlich gesagt, relativ spontan entschieden, dass wir da jetzt auch dann einfach mal einen Launch machen. Weil ich wollte einfach, ich habe gemerkt, da kommen überhaupt erst mal so viele Fragen von euch. Ja, die Leute waren auf der Liste und da kommen direkt so, komm, bekomme ich eine private E-Mail oder auf Instagram. Hey, ich bin der Liste, aber ich bekomme gar keine Infos. Was ist denn los? Ich will endlich E-Mails sehen und wann kommt der Duft raus und sowas. Und da habe ich gedacht, komm, machst du jetzt einfach mal so ganz, ganz soft und vorsichtig, machst da halt mal so einen Pre-Launch. Ja, gab einen guten Rabatt. Und ja, die Leute haben 25% Rabatt bekommen auf den Endpreis, den das ganze Ding haben wird. Und habe dann halt gesagt, okay, dann machen wir die 200 Stück jetzt erstmal, probieren wir das mal in der Liste. So, was ich nicht gewusst habe, ist, dass die Hälfte dieser Flakons einfach nach 12 Minuten, glaube ich, waren es, ich habe es hier auf meinem Handy, ich müsste das jetzt nochmal nachschauen, aber die einfach nach 12 Minuten schon weg waren. So, ich war noch witzigerweise im Auto und habe mir halt gedacht so, also klar, du hast natürlich eine gewisse Erwartung und Wünsche auch, aber ich habe gesagt, komm, wenn 50 weggehen insgesamt, ist gut. Und dann halte ich halt irgendwann so zu Hause an, so um 20 nach 6 und sehe halt so, huch, okay. Das ging flott, ja. Und jetzt insgesamt mit den paar Nachzüglern, es kamen noch so ein paar Leute, die aus der Schweiz kamen, die ich aktuell noch nicht automatisch in meinem Shop bedienen kann, ja. Und ein paar Leute, die hatten es dann, hatten dann irgendwie doppelt bestellt, haben es dann storniert, wollten dann aber doch wieder noch einen zweiten und so. Also insgesamt sind wir jetzt mit dem Pre-Launch, ist es quasi schon ausverkauft, ja. Was sehr, sehr heftig ist, weil das nur sechs Stunden ging. Also ich habe wirklich gesagt, von 18 bis 24 Uhr ist das möglich, weil ich wollte es jetzt nicht so super, super krass irgendwie, ja, in die Länge ziehen, ne. Weil der offizielle Launch, wie ihr wisst, habe ich euch ja angekündigt, ist im Juni. Und im Juni geht es dann eben richtig los, also mit dem offiziellen Vorverkauf. Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht erwartet, dass die Leute bei einer Wartezeit von zwei Monaten dann wirklich so schnell zuschlagen. Und ja, wir müssen jetzt, genau, Blubini schreibt es schon, direkt nochmal tausend produzieren. Ne, tausend werden wir nicht produzieren, aber wir werden auf jeden Fall nochmal ein bisschen was nachlegen, denke ich, weil das ging schon sehr flott, ja. Und wenn man sich anschaut, dass die Liste insgesamt halt nicht so viele, nicht so viele, also es ist weniger als das, lass mich mal überlegen, weniger als das Vierfache von den Leuten, die gekauft haben, ist in der Liste drin. Ja, also es ist wirklich ganz, ganz klein gewesen und unfassbar, also E-Mail-Marketing-technisch sehr, sehr krass. Und deshalb an dieser Stelle vielen Dank, ja, für dieses Engagement. Ich habe da nicht mit gerechnet. Und ja, es wirft so ein bisschen einen Schatten auf das, was natürlich noch kommen wird, nämlich wenn der offizielle Vorverkauf kommt und das dann an die breite Masse geht. Ich bin mal gespannt, ob dann noch mehr weggeht. Ihr bekommt dann übrigens auch einen Discount. Nicht 25 Prozent, sondern 20 Prozent, was immer noch super viel ist. Aber man muss halt auch sagen, also diese 25 Prozent war wirklich für die Leute, die einfach bereit sind, sich in so eine Liste einzutragen oder die schon mal einen Duft von mir gekauft haben. Also einfach so die Leute, die ich auch mal irgendwie so belohnen wollte für diesen unfassbaren Support. Deshalb, ich bitte das zu entschuldigen, dass ihr nur 20 Prozent bekommt, was ja auch sehr, sehr viel ist. Und ich finde, bei dem Verkaufspreis auch wirklich was ausmacht. Genau. Aber ihr seid die Einzigen, die einen Nummerierten bekommen. Genau, das ist, ja, das ist der Punkt. Weil ich wollte natürlich auch noch ein bisschen was dazugeben. Ich überlege auch noch, ob ich noch irgendwas oben drauf packe. Da sind wir gerade noch in der Klärung, was da so möglich ist. Aber genau, die Flakons sind nummeriert. Das ist dann quasi so diese Secret-Pre-Launch-Geschichte, die ich euch sagen wollte. Aber es ist einfach Wahnsinn. Ja, es ist sehr, sehr krass. Zumal der Duft ja auch nicht ganz günstig sein wird. Ich hatte euch ja gesagt, dass es so in Richtung Stone-Label gehen wird. Und da bleibe ich auch bei. Ich habe das jetzt nochmal angepasst, weil ich auch so ein bisschen das Feedback bekommen habe, dass es für manche schon ein bisschen zu viel war, auch von dem Endverkaufspreis. Das heißt, ich habe jetzt nochmal ein bisschen runtergemacht und habe gesagt, okay, dann gehen wir halt unter diesem Stone-Label-Niveau raus. Ich finde, es ist ein super fairer Preis und mit dem Rabatt auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Also, wenn ihr das dann später auf YouTube schaut und ihr es schade findet, dass ihr da jetzt nicht mit dabei wart, könnt ihr euch schon mal freuen. In ungefähr einem Monat wollte ich dann den offiziellen Vorverkauf machen. Und genau, der Preis ist tatsächlich 370 Euro, wird es im August kosten. Und ihr könnt euch das ja dann selber ausrechnen. Also, ich glaube, mit 20 Prozent Rabatt sind wir dann so bei unter 300 Euro knapp. Also, es ist schon sehr viel. Und ich bin mir dessen auch bewusst und ich habe ja auch bewusst von vornherein gesagt, es soll kein Massenduft sein. Also, kein Duft für die Leute, die jetzt tausend Flakons kaufen möchten. Ja, und die sich super viele Düfte kaufen. Sondern wirklich so ein Liebhaber-Ding. Es gibt nicht viele davon. Es sind super hochwertige Inhaltsstoffe. Das Ding ist scheiße teuer in der Produktion. Das glaubt ihr gar nicht, ja. Und das ist einfach so der Punkt. Und deshalb kann ich es auch nicht viel günstiger machen. Sind die Flakons so nummeriert, wie die Bestellungen reingekommen sind? Du, das muss ich mal gucken, ja. Weil das ging ja so schnell. Und du kannst dir überlegen, 200 Flakons rauszuschicken. Warum stand bei der Bestellung Vollpreis 400 Euro? Ich weiß nicht, was du meinst. Julesius, Julesius, Cäsar. Das müsstest du mir vielleicht nochmal privat erklären. Weil ich weiß jetzt nicht, wo das herkommt und wie du das meinst. Aber okay, genau. Also ihr könnt euch ja vorstellen, die nummerierten Flakons. Klar will ich die gerne auch dann zuordnen den Leuten. Es haben auch schon einige ihre Wunschnummer angegeben. Ihre Glücksnummer, ne. Aber das ist leider, ich weiß nicht, ob das möglich ist, ja. Weil du kannst dir vorstellen, wir packen das ja selber. Also ich fahre dann zu Georg hin. Ist so zumindest mein Plan. Und helfe ihm dann das Ganze auch einzupacken und so. Weil 200 Dinger verpacken, das ist schon eine Zahl. Ich werde aber zumindest mal probieren und fragen, ob das irgendwie möglich ist. Aber ich kann es nicht versprechen. Es wäre natürlich schön, aber ich kann es nicht versprechen. Vielleicht machen wir es einfach der Reihenfolge nach den Leuten, die bestellt haben. Und wenn man dann Glück hat, dann hat man Glück. Gut. Ja, die Leute schreiben Toppreis. Es ist halt, also ganz ehrlich, genau. Ich wollte auch noch darauf eingehen. Der Grund, warum ich das überhaupt sagen wollte, ja. Ist ganz, also mit Parfume und so. Ist ganz einfach der, dass es natürlich jetzt auch Leute geben wird. Keine Frage, die den Duft gerne bestellen möchten. Aber die ja halt einfach sagen so, yo, es ist halt schon ein bisschen viel. Und die irgendwie so Teil von diesem Movement sein wollen. Und das gerne mal testen wollen. Deshalb habe ich auch jetzt, das ist eigentlich der Grund, warum ich dieses Video drehen wollte. Ich weiß nicht, warum ich da vorher nichts zu gesagt habe. Natürlich gibt es schon das ein oder andere Sharing. Ja, also wenn man hier dann mal aufs Zug geht, dann siehst du, da ist eine 4. Es sind aber eigentlich schon 7. Und das ist super krass. 2 sind voll. 3 sind voll. Und wenn ihr eben sagt, okay, es gibt die Leute, also ganz ehrlich Leute, es wird die Leute geben, die sagen, hey, dem Kai, dem vertraue ich. Dem kaufe ich auf jeden Fall ein Flacon ab. Es wird aber auch die Leute geben, die ein bisschen vorsichtiger sind. Ich habe auch nochmal einen Fragebogen rund geschickt und habe dann eben gesehen in dem Fragebogen, dass ein paar Leute doch sich gewünscht hätten, dass es Samples gibt. Das ist jetzt eure Chance. Ich möchte auch nicht die Plattform unnötig fluten, aber wenn ihr den Duft dann mal testen möchtet, könnt ihr euch hier natürlich in eines der Sharings eintragen. Ich muss aber dazu sagen, von dem Versanddatum her müssen wir sehr vorsichtig sein, weil wir das natürlich jetzt noch reifen müssen. Also Georg hat das gerade angesetzt und das ist natürlich auch alles mit der Flakonbestellung und den Umverpackungen und sowas ist es natürlich noch alles work in progress. Aber ich werde natürlich versuchen, die Vorbestellungen so früh rauszuschicken, wie es geht. Sollte das aber nicht klappen, sollte der Duft spätestens zum Release Anfang August, also in der ersten Augustwoche, dann bei euch sein. Und das ist eben so das, wie ich es mir gedacht habe. Aber wenn ihr halt sharen wollt, gerne. Ich meine, die Leute haben es auch da reingeschrieben, das späteste Versanddatum und so. Von daher glaube ich schon, dass wir da alle transparent informiert sind. Und da habt ihr schon mal die Info. Falls ihr meinen Duft dann unverbindlich testen wollt, einfach mal eine Abfüllung bestellen, dann gerne bei Parfumo. So, Servus, komme ich ja genau richtig, warte auf zwei Flakons. Ja, manche Leute haben auch zwei bestellt. Also das hat mich auch total, also irgendwie fünf oder sechs Leute haben einfach zwei Flakons bestellt. Okay, wenn ihr meint, finde ich sehr schön. Und das ist natürlich eine Riesenehre, deshalb an dieser Stelle wirklich nochmal hier die Merkel. Toll, hat mich sehr gefreut und extrem geehrt und habe ich so in dieser Form nicht erwartet. Hallo Kai, liebe Grüße aus Köln, liebe Grüße aus Aachen zurück. Schön, dass du mit dabei bist. So, jetzt haben wir die Stimmung gerade wieder zum Kochen gebracht, ja. Und das wäre schon, um müsste man vielleicht besser collaborate. Und nun können so damit schmeißen. Und da parte kommt noch mal sieht.